ja hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video ja in diesem video möchte ich euch zum einen fast raw viewer vorstellen also nicht komplett sondern halt nur die grundlegenden sachen und also warum ich jetzt damit auch arbeite und euch zeigen wie jetzt aktuell mein arbeitsablauf ist mit bildbearbeitung ich war heute fotografieren und habe ein paar eischirnchen und vögel und so was fotografiert und ich würde sagen wir gehen mal runter auf dem bildschirm und dann zeige ich euch das ja hier seht ihr fast raw viewer fast raw viewer genau so heißt das ja das ist das programm das ist nichts gesponsert oder sonstige sachen das ist alles selber gekauft von daher ist das keine werbung oder sonstige sachen ich möchte euch das halt mal kurz zeigen weil dann ist auf jeden fall wesentlich schneller als lightroom ich komme runter guckt guckt euch das an das sind alles raw dateien nach und die sind fast sofort da und der taste halt bei lightroom nicht deswegen habe ich mich mal halt umgeschaut es gibt da dieses photo mechanic oder so ähnlich heißt das glaube ich das ist allerdings ein halben geld also irgendwas 200 euro oder so oder 170 euro ich bin mir nicht ganz sicher und das ist mir halt zu teuer deswegen habe ich halt nach alternativen gesucht und bin dann hier auf diese in diesem programm hängen geblieben also fündig geworden ja wir haben hier natürlich eine ganz feine sache wenn er jetzt hier zum beispiel drin seid ihr könnt hier unten wir sind jetzt hier in der raw ansicht wenn ich jetzt hier drauf drücke und dann haben wir das jpeg so würde das jpeg aussehen na dann könnt ihr wieder zurückswitchen ihr könnt hier die belichtung hoch drehen oder wieder runter drehen ja wofür das hier jetzt genau ist das weiß ich jetzt auch noch nicht was stehen da ach so shadow boost und das highlight boost denke ich mal ja highlights und was ist das linear mode aha also die sachen könnt ihr auch noch einblenden dann mit dem shortcut p normalerweise ich habe command p da jetzt genau so jetzt seht ihr halt den fokus bereich ja also dann könnt ihr direkt vorab sehen wo habt ihr den fokus drauf sitzen funktioniert hat auch wenn er noch mal drückt dann habt ihr hier also so wie bei der kamera auch dieses fokus fokus wie heißen das jetzt noch mal meine güte fokus peaking genau das habt ihr dann hier natürlich auch das ist natürlich jetzt ein schlechtes bild dafür noch mal das hier mal nach also hier seht ihr jetzt fokus peaking aus der fokus ist hier auch auf dem auge also von daher wäre das auf jeden fall schon mal ein gutes bild was man nutzen könnte das könnte dann halt hier wunderbar von vorab aussortieren dann habt ihr hier natürlich auch das sternensystem genauso wie mit den farben das wird auch von lightroom dann übernommen habt ihr halt hier auch meine güte mir fallen die wird auch wieder nicht ein leisen das jetzt gibt es doch gar nicht ist sogar steht auch darum meine güte ja dann natürlich die ganzen verzeichnisse ich habe mir jetzt hier auch mal die mühe gemacht meine ganzen bilder mal richtig zu sortieren nach ihren und sowas habe ich hier auch alles mit dem programm gemacht ihr habt hier natürlich die ganzen daten exef daten womit er fotografiert habt und sowas welche einstellungen ihr habt ihr könnt hier das natürlich auch noch komplett einstellen so wie es gerne hättet also da habt ihr viele möglichkeiten shortcuts könnt ihr so zum beispiel legen wie bei lightroom und so weiter und so fort nach also das halt nur kurz als anmerkung das ist jetzt halt so mein import programm also ich ziehe mir die raw dateien einfach auf die festplatte oder leg besser gesagt die sd karte ein ziehe sie dann von der sd karte von der sd karte hier in meinem import ordner rein und wir haben hier natürlich auch die möglichkeit mit p und x die sachen zu markieren wenn ich jetzt hier habe ich ja hier auch schon da seht ihr hier die sachen die ich mit x markiere die landen dann halt hier in dem ordner die ich halt nicht haben will das sind die ganzen bilder nicht nicht haben will die habe ich alle ausgeschmissen dann kann man hier natürlich auch noch sachen selektieren die man haben möchte also das ist hier natürlich dann auch wunderbar wenn er sich reingetan habt könnt ihr die dann halt überall hin verteilen was sie haben möchtet und dann könnt ihr die halt zum beispiel lightroom rein ziehen wie ihr möchtet also ich finde das eine feine sache ich würde sagen wir suchen uns jetzt hier mal ein paar bilder aus die wir bearbeiten möchten ich mache das jetzt auch mit photoshop also lightroom benutze ich eigentlich weniger jetzt im moment zeigt euch das jetzt einfach mal in uns hier mal ein bild raus machen command p ja der fokus sitzt also hauptsächlich sitzt der jetzt hier auf den ästen vorne aber der fokus sitzt hier auch noch aufs eischhörnchen also von daher können wir das nehmen so klicke rechtsklick und dann programm adopt photoshop dauert es leider moment und damals dann sind wir direkt im rohrkonverter ja also das ist natürlich dann hier auch schon nicht schlecht lichter ziehen wir ein bisschen runter tiefen ein wenig nach oben belichtung würde ich sagen sogar auch ein kleines ticken also einen kleinen ticken und dann machen wir erstmal öffnen so lassen wir das erstmal dann werde ich mir hier direkt eine neue ebene anlegen ich ziehe mal eben hier kurz die leiste darüber damit das nicht stört so dann gehe ich hier auf filter topos und die neues weil so muss ich nicht jedes mal eine neue datei anlegen das mögliche festplatte nur unnötig zu und daher ist das schon so ganz gut rauschen aber sowieso kaum wenn man so lassen ist okay also bei den neues benutze ich eigentlich standardmäßig fast immer die standard ausführung gibt da jetzt auch eine neue version aber ich habe mein jahres dinge da aufgebraucht also von daher kriege ich das neue update nicht dann müsste ich da wieder erst mal bezahlen und das werde ich erst mal nicht tun nur damit er da bescheid ist so dann starte ich haben hier gehe ich in die vier fach ansicht suche mir da das auge am besten so ungefähr und schau mal was er mir da zeigt also hier ist nun fast ein bisschen zu viel mit den haaren motion blur sieht da eigentlich ganz gut aus also gucke ich mir motion blur groß mal an vorher nachher so dann werde ich hier auch eine maske setzen damit er den hintergrund da nicht auch noch rauszieht gehen wir hier mal auf fullscreen und dann machen wir mal hier das andere zeug was er nicht mit rein nehmen soll raus hat ruckelt aber jetzt irgendwie nicht so schön erstmal hier so ein bisschen weg und dann können wir dann jetzt gleich wieder reinziehen was verbrauchen und was nicht etwa da noch mal eine gewisse übersicht haben soll das noch mal hier mal ein bisschen mit weg ich sagte weg so hier unten ich glaube mal ein bisschen weiter rein können wir ja ich weiß nicht irgendwie ruckelt es jetzt ein bisschen natürlich nicht so schön so dann nehmen wir hier mal wieder ein bisschen mit rein so das reicht schon so dann update und dann gehen wir mal wieder näher ran und schauen uns das noch mal an machen wir mal very blurry da kommt schon einiges mehr raus das finde ich dann schon ein bisschen zu viel ziehen wir noch mal ein bisschen runter also könnte man es fast lassen hier ist ja noch ein ast dazwischen die zenten am schwanz aus da kommt auch gut was hinzu da sieht es auch gut aus hier unten noch ok dann übernehmen wir das so so und jetzt mache ich mir noch einen neuen und gehe jetzt noch mal in kamera hinein mache jetzt hier einfach mal auto gucken was er da macht das will ich auf keinen fall belichtung kann man rausnehmen dynamik nämlich auch raus weil da haben wir genug drinne gradations kurve mittel und unseren beliebten dunst entfernen auf 15 dann sieht das schon gar nicht so verkehrt aus ja eine vignette vielleicht noch mal schauen machen wir mal die weiche kante raus mittelwert mal ein bisschen kleiner den schwanz muss man nicht unbedingt mit drinne haben dann zieht man die weiche kante wieder hoch ja und damit wäre das bild eigentlich schon fertig beschneiden könnte man es eventuell auch noch wohl da ist er schon ganz drin also hier sind wir schon am rand ich würde sagen so können wir das eigentlich lassen so das ganze werde ich jetzt datei exportieren exportieren als ganze als jpeg ganz auf dem desktop so gigapixel braucht man jetzt nicht weil wir haben nichts gemacht hier normalerweise würde ich jetzt danach falls ich hier groß was verändert habe oder halt nur ein gesichtsausschnitt haben möchte würde ich jetzt danach im nachgang gigapixel nutzen also das brauchen wir nicht speichern ist ok dann gehen wir wieder zurück also das ist ja jetzt nicht mit hier in dem verzeichnis und damit hätte ich jetzt das erste bild schon bearbeitet und kann mir jetzt hier halt das habe ich jetzt schon hochgeladen gehabt heute ich glaube das war das hier was hier drin ist genau das hier das habe ich heute schon hochgeladen ja ansonsten suche ich mir halt ein weiteres bild raus das müsste dieser wie heißt diese heckenwelle da heckenbraunelle müsste das glaube ich sein ich glaube das sieht ganz gut aus das haben wir auch für ein iso 640 schenken wir das jetzt mal nach photoshop das werden wir auf jeden fall mal beschneiden das ist doch schon ziemlich eng ich hätte ihn eigentlich lieber da drüben gehabt naja wir können auch das auge hier aufs kreuz legen dann haben wir eine genaue mitte so funktioniert es auch so grundeinstellungen naja ich werde jetzt hier erst mal motiv auswählen das werde ich jetzt auch mal modifizieren natürlich nicht so großen pinsel warum macht er das jetzt hier nicht so sehe ich das jetzt nicht die stelle 100 plus weiche kante ja also ganz genau 100 prozentig muss das jetzt nicht sein ist okay so so dann ziehe ich hier die tiefen hier mal ein bisschen nach oben und ein ganz klein wenig die belichtung so dann schauen wir erst mal ja die sonne kommt halt von da ich würde eventuell sogar sagen hinzufügen radialfilter nicht so groß so ungefähr noch mal ein bisschen drehen bisschen das licht hinzufügen und ein ganz klein wenig die tiefen noch hoch ziehen ok gut so gefällt mir das schon ganz gut dann werden wir jetzt hier gesamt erst mal die lichter ein bisschen runter ziehen tiefen noch ein wenig rauf sagte noch ein wenig rauf so ungefähr machen dann auch öffnen gehen jetzt hier genauso vor bilder die neues fotografiert habe ich hier auch mit dem telekonverter ich muss sagen also ganz hundertprozentig glücklich bin ich mit dem telekonverter noch nicht weil ich habe echt das gefühl dass die bilder ein bisschen weicher sind also nicht ganz so scharf wie ohne also da bin ich halt wirklich noch am überlegen vielleicht wäre da der 1,4 konverter doch die bessere wahl so werden hier erstmal wieder maskieren da kann er ruhig das ganze nehmen ist in ordnung schauen uns das hier ganze mal im auge an so hier haben wir hier haben wir standard standard sieht schon richtig gut aus allerdings ist das ein bisschen zu viel des guten dann gucken wir mal hier bei motion blur 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 mal ein bisschen weiter, das mal hier runter auf 35, das ist immer noch zuviel, ja mal 25, ja das gefällt mir, ist okay, so und ich würde sogar sagen, das können wir eigentlich so komplett lassen, da brauchen wir gar nicht mehr großartig bearbeiten, obwohl wir haben da ein paar flecken, ach falsche richtung, oder wird es das hier, da sind wohl irgendwelche viecher, das machen wir mal weg, ach so, ja, wieviel hast du verhandelt jetzt noch mal, ach das, so, das kann man auch, so, kann man auch, ist okay, so, haben wir sonst noch was, ja, das ist in Ordnung, so, ganzes Bild, schauen wir da noch mal drüber, ist ja schon wieder das Ding in da, ach das hier mal groß, stört aber auch nicht, okay, also auch hier Datei exportieren als JPEG, das Ganze bitte auch auf dem Desktop speichern, so, dann ziehe ich das Bild hier mal auf Gigapixel, das kommt natürlich wieder auf dem falschen Monitor, also das verstehe ich auch noch nicht so ganz, mit hier Apple, also dass der das immer auf der Seite da klatscht, das geht mir auch ganz schön um den Senkel, so, lass mal den mal abarbeiten, und dann macht es noch ein bisschen schärfer, sieht gut aus, können wir so lassen, und schon habe ich wieder meine Standardauflösung, so, können wir das auch schließen, auch mal speichern, ja, also so ist meine Vorgehensweise, ich würde diese hier natürlich jetzt erstmal nochmal komplett durchschauen, welche wirklich scharf sind, was da wirklich gut ist, hier zum Beispiel das Blesshuhn, sieht ganz nett aus, das ist so ein Porträt, hier habe ich auch mal einen Grünspecht, allerdings sitzt hier halt so in einem Baum, das halt nicht so wirklich schön ist, ich habe den bis jetzt erst einmal erwischen können, den Grünspecht, aber das ist mir hier alles zu unruhig, deswegen wird das wohl nichts werden, ansonsten hier noch eine ganz Porträt, hier ist das schon ein bisschen schöner aufgelöst, also ich arbeite mich jetzt halt darauf hin, na, komm mal wieder hoch hier, also wie gesagt, ich arbeite jetzt darauf hin, dass ich halt die Bilder wirklich schön aufgelöst bekomme, dass der Hintergrund schön glatt gebügelt ist, ist leider nicht immer möglich, aber ich versuche da halt jetzt hinzukommen, dass das vernünftig alles wird, sortiert jetzt auch vernünftig, ich habe jetzt da einen Plan, dass das alles jetzt besser wird und etwas professioneller in Anführungszeichen, ja, weil Profi bin ich natürlich noch lange nicht, ich muss auch noch lernen, sage ich mal, aber ich denke mal, ich bin auf dem richtigen Weg und ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu dem Programm, oder sonst wie gesagt, ich verlinke es jetzt nicht, ihr könnt es hier einfach suchen, Past Raw Viewer ist es glaube ich 24 Euro oder so, im Gegensatz zu 179, da ist das dann doch schon, ein ganz schöner Unterschied und die Funktionen gefallen mir wirklich gut und ansonsten probiert es aus, weiß nicht, ob es da eine Testversion gibt, ich glaube schon, aber ich meine schon, könnt ihr euch mal anschauen, ja, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, oder sonstige Sachen, gerne unten in die Kommentare, ansonsten, Daumen hoch, Daumen runter, wie auch immer, abonnieren, liken, teilen, kommentieren und so weiter, ihr kennt das ja, bis zum nächsten Mal, bye bye.